wir haben uns gerade gewundert was denn aufträge sein könnten aber wir wissen es nicht weil wir immer noch abgeschlossene aufträge irgendwie null keine ahnung vielleicht kommt das erst später oder so und ich habe ein bisschen den boomerang verbessert also wenn der mal nicht weh tut dann weiß ich aber auch nicht gut aber uns führt natürlich die pflicht wieder nach prübert natürlich wo der der klopft anscheinend wir gar nicht wissen wer klopft auch schön dass da noch so eine lenin statue ist auf dem bild die steht natürlich noch die ganze welt von den aliens da fetzt aber anscheinend sind das freunde des kommunismus ich dachte das sind die nazis dann müssten die den kommunismus aber ziemlich scheiße finden ja das ist halt sehr merkwürdig bei denen ich verstehe das nicht da müsste man die aliens noch ein bisschen genauer studieren wir haben noch nie so ein versteckereignis gefunden aber die werden ja wahrscheinlich versteckt sein ja entweder sind die versteckt oder das sind versteckereignisse wo man halt alien verstecke zerstören muss verstehst du so wir müssen also eine patrouille irgendwie vernichten die darum läuft auf der karte nicht die scharfschütze wieder diese kleinen scheiße oder das nicht die behinderten viecher hier ohne die box ja hat es nicht die schlimmsten ich habe am anfang schon gesagt also gut und gut oh ja 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 Ja, siehst du, man kann nicht durch seine Kollegen durchschießen. Da hast du mal eine Rakete in den Rücken gekriegt. Die hatte ich aber nicht umgebracht. Oh. Oh, lila Raketenwerfer, den ich natürlich schlauerweise nicht ausgerüstet habe. Ja, ne? Jetzt rüstet man Sachen nicht mehr direkt aus, aber selbst wenn man so ausrüsten möchte. Wenn man einmal damit anfängt. Nee! Ich würde sagen, der Boomerang, der macht das schon. Das stimmt, der hatte durchgemacht. Der war noch so eine blaue Blumen. Hm, habe ich gesehen. Können wir eigentlich nehmen. Also, wir werden es am Ende wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, das ist ja noch mal ein paar Blumen. Gut, jetzt sind da ja natürlich auch richtig viele Gegner, wo ich das laute. Ah, das ist wieder ein Boss. Boah, diese Bugs. Ich verfluchte sie. Boah, echt, diese Wachs. Unglaubliche. Ah, da hinten ist irgendwo die Patrouille hier rechts. Es ist klar. Da oben ist auch noch ein Boss. Jetzt wollen sie es hier aber wissen. Jetzt schicken sie euch, alles was zu haben. auch nö und warum renne ich die mitten rein wenn du da am arsch der welt ist keine fähigkeit oh oh los also wieder die gute alte nation technik ganz genau wenn viele gegner kommen sie bei der ausmacht und weg laufen bei der horde auf jeden fall der kommt auch direkt regeneration und was für herrscher backbeherrscher auch hier das hätte uns den harsch gerettet die imba geschütze ist so da unten und unsere ziele dann wollen wir mal klar das sind natürlich scharschützen wobei der gehörte nicht dazu ja gut oder so Was machen wir damit? Generatoren neu starten. Natürlich. Was macht man noch sonst mit rotem Quecksilber? Ja, also ich bitte dich. Oh, das war mal richtig schön verschwendet. Wenn man den falschen Knopf drückt. Ja, kommt halt schon mal vor. Boah, nicht schon wieder so ein Tilger, ey. Die sind auch richtig fies. Also ich habe jetzt nur noch Munition für den Raketen. Was machen wir da? Oh, wenn der kühlt. Aber hier liegt ja wieder mit. Oh, hier wollen wir noch eine Küste. Da ist auch noch eine Barke. Na ja, jetzt haben wir ja wieder drei. Gleich nicht. Aber kurz vorm Ende. Wer weiß wie lange. Das ist ja auch, weil wir immer noch kurz vorm Ende. Ja, komm, hier die Aushalte machen wir noch. Und die machen wir noch. Ja. Apropos. Hier wäre wieder eine. Und dann ist man halt ruckzuck hinüber. Das ist ja der Entschuld, der explodiert, ey. Ja, also hier sind Explosionen. Da kriegst du einfach nicht mit manchmal. Ohne was Böses zu wollen, schieß zu machen. Jawoll, die Horde. Ja, wisst du, jetzt hätten wir die Herausforderung noch zusätzlich angenommen. Kommt die Horde. Elmon Low schon wieder mal. Ach. Die Horde ist mir egal. Die Scharschützen, da sind die wahren Feinde. Die Horde, finde ich, geht echt einigermaßen. Oh, wo ist der? Oh, diese kleinen Viecher, ey. Weg. Kuck ich. Aus. Aus. Uff, uff, uff. So, was passiert jetzt, wenn ich halt jetzt da reinstecke? Ja, die Hölle, weil hier sind Explosionsfässer überall. Perfekt. Da standen wir beide echt genau richtig. Ja. Und das ging ja aber noch. Was ein bisschen blöd ist, dass der die Munition noch aufsammelt, obwohl du voll bist. Anstatt, dass der die Lied. Na, weil so war ich nicht. Hat man halt Muni-Probleme. So. Na, wir sterben. Na, wir sterben. Na, wir sterben. Die Herausforderung. Ja, das stimmt. Boomerang, ey. Was, was die sich dabei gedacht haben. Vor allem ist das voll die Imbra-Waffe. Ja, ja. Also, zumindest im Gegensatz zu den anderen Ausstattungswaffen. Das ist ein futuristische Alien-Baller-Game. Aber, Boomerang. Da ist auch ein Boss. Pass auf, da ist. Ja. Ja. Den geben wir ja wohl an, oder was? Ja, ja. Natürlich. Wo ist er denn? Nach da oben. Ja, da hätte ich mich fast zerrissen, ey. Puh. Ja, ne blaue Mini-Gang. Ne blaue Mini-Gang. Äh. Äh. Ja. Ja. Ich hab den grünen Raketenwerfer. Äh. Äh. Und hier ne grüne Schrotflinte. Hier ist noch mehr. Oh. Hm. Ich hab keine Fähigkeiten mehr. Ich hab... Ich hab... Aber ja, die Horde, die geht ja auch so, ne? Oh. Die machen ja auch nicht so viel Schaden. Oh. Die treffen und sowas. Oh, diese... Geschütze, ey. Oh. Hier wäre noch ne Barke. Die können wir doch eigentlich aktivieren, oder? Naja. Ah. Zu spät. Ja, komm. Falls wir hier jetzt verrecken, dann sind wir die Dinger los. Aber dann müssen wir jetzt nicht nochmal alles machen. Quasi. Ja, dann hätten wir hier ein neues wiederholen können. Na gut. Ich glaub, eins präsentiert nicht so. Egal. Lass uns mal lieber mehr versuchen, das nicht zu sterben. Hm. Jetzt müssen wir aber noch die Panzertür öffnen. Mein Freund. Jetzt, äh... Das war schon fast verreckt, ey. Ich hab's gehört. Hm. 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 Mal haben wir, ist ja easy. Hier sind sogar zwei. Ja, dann kann das so was passieren. Boah. Voll easy going hier. So müssen wir denn hier machen. Das Ding hier. Mach ich damit jetzt. Mach zerstören. Mach ich damit jetzt. Natürlich zerstören. Mach mal. Mach mal. Und jetzt. Hm. Jetzt kommt die Mega Man. Aber die halten so viel aus, die Gegner mittlerweile, ne? Ja, ja. Das ist mittlerweile echt hart. Entweder halten die halt viel aus oder unsere Waffen sind einfach schlecht. So. Jetzt. Jetzt. Alter. Jetzt wird gestorben. Mehrere Feinde nähern sich. Boah. Du Scharfschutze, ey. Komm hier zum Evac Point, ey. Aber da unten gibt's bestimmt geilen Scheiß. Warte, meinst du hier kann man rein? Ja, guck. Boah. Da öffnet sich die fette Tresurtür. Ja, klar. Hier eine legendäre Plasmaschroflinte. Also so eine lila, ne? Ach, lila. Gold. Boah. Boah. Wo? Hm? Also wo hattest du die? Hier die liegen einfach. Oh, hier. Oh. Äh, okay. Naja. Nee. Bei mir lag nichts. Nichts? Nee. Ja doch, ein bisschen Munition. Ja, siehste. So, jetzt muss es hier aber ja, wir haben hier drei. Ja, ja. Hier die lidernen Waffen. Null. Level zwei. Kerne. Blau und weiß. Ja, aber ich hab ja auch grad die Shortflinte abgesagt. Da bin ich nicht klar. Ich glaub, die hatte über 4.000 Schlagen. Ich hab jetzt hier aber echt dick Kerne gesammelt. Mhm. Kerne wäre echt gut. Und die Munition ging jetzt eigentlich wieder. Die fand ich jetzt nicht ganz so extremst brutal wie die davor jetzt. Ja, das stimmt. Nur schon an der Zeit, ne? Sieht man das. Und wir sind nicht gestorben. Doch, ich. Ja, ganz am Anfang. Ziemlich. Ziemlich am Anfang. Ich muss auch sagen, da war ja noch nichts passiert. Was haben wir denn schönes bekommen hier? Oh ja. Die Plasma-Schrautflinte. Die hat halt Spezialfähigkeit noch drauf. Aktion, Nahkampf, Wirkung, Niederschlag. Also anscheinend kann man dann beim Nahkampf Gegner zu Boden hauen. Wenn man die komplett auflässt. Machen wir das doch mal. Ne. Ich muss gleich erstmal die Dinger hauen. Ne, also ich sammle in letzter Zeit echt nur noch scheiß Waffen ein. Machen wir das doch mal. Also naja, der Raketen-Werfer, den ich hier gefunden hab, der ist geil. Aber die anderen Sachen... Ja, hier noch ein paar, gerne umwandeln. Ja, ich habe meine erste Stufe 5 gern. Ach, da komme ich noch 100 Jahre nicht hin, weil ich ja meine Kerne immer in die Waffen stecke. Tja, das mache ich natürlich auch, aber dafür muss man ja auch Waffen haben, wo man welche reinstecken kann. Ach so, Stufe 5 ist noch gar nicht max, geht durch Stufe 6 oder was? Ne, doch, ja, abgefahren. Boah, hier kann man einiges reinstecken. 11 Slots hat die Waffe. Ja, du musst doch für eine Trophäe glaube ich sogar in der Level 30 Waffe zwölfmal Stufe 6 Kerne einsetzen. Oh, oh. Aber die habe ich jetzt mal extremst verbessert. Die Feuerrat sind über 70% erhöht. Das hat jetzt eine Ausrüstungsstärkebonus von 12.100. Nur die Waffe. Dieses Schrotwind oder was? Ja. 6.400 Schaden die Sekunde. Und dazu kommt ja dann noch mein Boomerang auch nochmal mit 7.600. Ich habe nichts, was auch nur annähernd so viel Schaden macht. Ich bin jetzt insgesamt bei 22.300. Ach. Ich bin bei 10.400. Ah, okay. Also da, da bist du Alop. Da bist du Alop. Ja, was soll ich machen, wenn der Lacker hier durch die Gegend läuft, ey? Ja, gut. Der dicken Loot abgreift. Die legendären Sachen. Und da habe ich jetzt natürlich, wie gesagt, 11 Runen da reingepackt. Alles nur 3er, 4er und 5er Runen. Kerne. Das heißt ja nicht Runen. Aber jeder weiß, was wir meinen. Wir spielen ja hier kein Fantasy-Game, sondern ein Science-Fiction-Game. Äh. Sind das halt keine Runen, sondern Kerne. Ganz genau. Wenn wir Wikinger wären, das ist Runen. So. Aber mit diesen unglaublichen Werten, die wahrscheinlich im Verhältnis zum Endgame total der lächerliche Furz sind, verabschieden wir uns für heute. Und sagen danke fürs Zuschauen. Ich bin Arnie Bohr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.